Wir sind auf unserer Dachterrasse, haben gestern unseren IKEA-Wien-Westbahnhof-Hüßmus-Markt eröffnet. Und da ist es super schön zu sehen, dass schon an Tag 2 es einfach ganz, ganz viel los ist und eine super weihnachtliche Stimmung hier oben. Hüßmus-Markt ist einfach ein anderes Wort für Weihnachtsmarkt. Über die nächsten Wochen bis hin zum 23. Dezember werden wir verschiedene Aussteller auf der Terrasse haben. Ganz viele von denen regional und direkt aus dem Grätzl. Und das Superschöne ist, die werden wechseln über die kommenden Wochen. Bei jedem Besuch wird man was Neues entdecken, weil wir 20 Aussteller haben, die sich so ein bisschen abwechseln. Es ist wirklich alles dabei, von Kosmetik über Keramik bis hin zu selbstgestalteten Taschen, Kunstwerken. Also wirklich für jeden Geschmack sollte irgendwas dabei sein. Wir werden viele schwedische Köstlichkeiten zur Verfügung stellen und natürlich unseren Glöck, also unseren Punsch gibt es auch. Und wenn du bei uns Zimtschnecken kaufst, dann sammelst du Karma-Punkte. Das sind soziale Punkte, die du sammelst und die kommen einem karitativen Zweck, in dem Fall Kindern zugute. Weihnachten findet bei uns natürlich nicht nur auf der Dachterrasse statt, sondern auch in unserem wunderschönen Store am Westbahnhof. Unter anderem gibt es auf Ebene 3 ein Stick-Service, wo man sich Produkte von Ikea personalisieren lassen kann. Wir haben eine weihnachtliche Fotobox und es wird auch bis Ende Dezember immer wieder spannende Workshops geben, wie zum Beispiel heute das Adventgans binden. Auch dieses Jahr wieder haben wir eine Kooperation mit der Caritas, wo sich unsere Kunden im Store Briefe von unseren Weihnachtsbäumen nehmen können, wo Wünsche draufstehen von Personen, die in karitativen Einrichtungen leben. Das kannst du gleich bei uns kaufen und gibst es dann im Store ab und wir kümmern uns dann darum, dass das rechtzeitig bis Weihnachten an die richtigen Personen weitergeleitet wird. Ich wünsche unseren Kundinnen und Kunden eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und dann wünsche ich uns Schnee. Das wünsche ich uns wirklich. Das würde, glaube ich, die Kulisse noch perfekt machen.